Hallo liebe Leute, ich habe für das kommende Plenum einen Antrag eingereicht, wo ich die Landesregierung bitte, das Thema E-Mail-Sicherheit ernster zu nehmen. Es geht darum, dass die Landesregierung ja auf ihren Internetseiten prominent darauf hinweisen kann, dass es wichtig ist, seine E-Mails zu verschlüsseln und wie das geht. Dafür kann es auch seine YouTube-Channels zum Beispiel benutzen und es sollte natürlich auch als gutes Beispiel vorangehen und selber überall E-Mail-Verschlüsselung anbieten. Das ist nämlich derzeit überhaupt nicht der Fall. Mit vielen Behörden kann man überhaupt nicht verschlüsselt kommunizieren, das muss sich natürlich ändern und da sollte dann auch darauf hingewiesen werden, damit noch mehr Leute wissen, wie E-Mail-Verschlüsselung funktioniert und warum man sie anwenden sollte. der Omae er